Sie sind hier, 4. Januar 2019, 11.25 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Antonio Braun von den Pittsburgh Steelers ist einer der heißesten Kandidaten für einen Trade, Urheberrecht, Sport1 Grafik, Getty Images München, mit den Playoffs geht die NFL in ihre heiße Phase und auch auf dem Transfermarkt geht es rund. Diverse Topstars suchen ein neues Team, der NFL-Transfermarkt. In der NFL geht es mit den Playoffs in die heiße Phase. Parallel dazu nehmen auch die Gerüchte auf dem Transfermarkt immer mehr Anfahrt auf. Diverse Topstars blicken auf eine unklare Zukunft, bei vielen Spielern laufen die Verträge aus. Anzeige, jetzt NFL-Fanartikel von deinem Lieblingsteam kaufen. Hier geht es zum Shops oder ist beispielsweise nicht klar, wie es nach dem Streik von Lee von Bell bei den Pittsburgh Steelers weitergeht. Und auch Teamkollege Antonio Braun zieht einen Wechsel zu einem anderen Team in Erwägung. Sport1 zeigt den NFL-Transfermarkt der Saison 2018-19. Anzeige, die NFL bei DRZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia